Hallo, ich bin René von der Skischule Becker und herzlich willkommen bei unserer Reihe Ich will Sportschütze werden. Heute das Thema, du musst die Waffe schon mal geschossen haben, du musst das Kaliber schon mal geschossen haben. Ja, was kann ich so sagen, machen wir es kurz. Alles Blödsinn. Ich habe das selber erlebt, vor über 15 Jahren, als ich anfing mit Sportschütze. Meine zweite Waffe sollte eine Desert Eagle Kaliber 50 werden, ist es am Ende auch geworden, ich nehme es mal vorweg. Und es sagte man mir, ja, du hast das Kaliber noch nicht geschossen, dann bekommst du das Bedürfnis nicht, keine Chance. Wie gesagt, du bearbeitest das Bedürfnis und wir schicken das weg. Voraussetzungen, die anderen sind alle erfüllt. Was passiert? Ich habe natürlich mein Bedürfnis bekommen, weil die Voraussetzungen erfüllt waren, regelmäßige Teilnahme am Schießtraining und auch alle anderen Voraussetzungen waren gegeben, Thema durch. Bedürfnis bekommen, die Waffe gab es in der Sportordnung, die Waffe war hinterlegt in der Sportordnung. Es gab gar keinen Grund mehr, das Bedürfnis zu verweigern. Als nächstes hört man mal wieder, dass verlangt wird von Vereinen, ja, du musst die Waffe schon mal geschossen haben, das ist ein noch größerer Blödsinn. Wir stellen uns mal vor, ihr seid in einem Verein, da wird viel Kleinkaliber geschossen, da gibt es gar keine 9mm Pistolen. Aber ihr wollt gerne 9mm Pistole haben. Im Verband gibt es auch Disziplin für 9mm Pistole. Ihr habt die Voraussetzungen erfüllt, habt mit Kleinkaliber regelmäßig trainiert und noch gar keinen 9mm geschossen. Dann könnt ihr Bedürfnisantrag stellen und der geht auch durch und ihr bekommt auch das Bedürfnis für eure Pistole 9mm. Man hört aber immer wieder diese Geschichten, dass es im Verein nicht funktioniert, dass man aus dem Kaliber geschossen haben muss oder tatsächlich im Extremfall sogar die Waffe. Man hört sogar manchmal die Forderung, dass das Ämter fordern, ein Schießbuch kontrollieren und sagen, sie haben noch gar nicht die Waffe geschossen, gar nicht das Kaliber im Schießbuch stehen. Ganz kurzum, das ist Blödsinn, da gibt es keine rechtliche Grundlage für. Im Verein ist es ganz einfach, gibt jemand Macht und du weißt, wie jemand wirklich ist, da lebt jemand seine Machtposition aus und macht es einfach so, wie er das will, ohne dass es hier irgendeine vernünftige Grundlage gibt. Hilft nur eins, habe ich damals auch gemacht, bin einfach aus dem Verein ausgetreten, tschüss, dann kriegen andere meine Arbeitskraft, meine Mitgliedsbeiträge und Thema durch. Auch bei Behörden, dann hilft nur eins, zuerst mal freundlich in Dialog treten, wo denn diese Forderung herkommt, wo denn die Grundlage dafür ist. Im Zweifelsfall habt ihr einen schriftlichen Antrag gestellt, der muss dann negativ beschieden werden, da gibt es einen Bescheid, wer da ein Ablehnungseintrag ist, des Bedürfnisses, des Voreintrages, weil das Kaliber noch nicht geschossen wurde, die Waffe noch nicht geschossen wurde. Und da muss ja auch irgendwo stehen, wo das im Gesetz steht, denn da steht nirgends im Gesetz. Also werdet ihr das nicht bekommen und ihr bekommt auch euren Voreintrag, ohne dass ihr das Kaliber schon mal geschossen habt, ohne dass ihr die Waffe schon mal geschossen habt. In der Regel hilft tatsächlich hier der freundliche Dialog mit den entsprechenden Stellen. So tatsächlich das, was ich als Feedback dann bekommen habe. Ein Fall, von dem ich mal gehört habe, da ging es so weit, dass dann derjenige mit seiner Waffenbesitzkarte zum Behördenleiter gegangen ist und der hat gesagt, ja, er oder sie, Bearbeiterin, Bearbeiter, ist ein bisschen schwierig, hat den Stempel reingemacht und Thema war durch. So kann es tatsächlich auch mal gehen. Aber um es kurz zu machen, ihr müsst das Kaliber nicht geschossen haben, ihr müsst die Waffe noch nicht geschossen haben, ihr müsst nur alle anderen Voraussetzungen erfüllen. Also in dem Sinne wünsche ich euch super viel Spaß beim Schießtraining, beim Ausüben eures Sports zukünftig, für die, die noch keine eigene Waffe haben. Viel Erfolg auf dem Weg zur eigenen Waffe. Und fehlt euch noch die Waffensachkunde? Als angehende Sportschützen würde ich mich sehr, sehr freuen, euch beim entsprechenden Kurs bei uns bei der Schießschule Becker begrüßen zu dürfen. Und für alle, die schon Waffen besitzen, die können bei uns über den Waffenhandel Becker sehr, sehr gerne erlaubnispflichtige Schoßwaffen mit entsprechender Erwerbsberechtigung natürlich über den Waffenhandel Becker erwerben. Und wenn ihr einfach mal wissen wollt, wie es zu schießen, ausprobieren wollt, wie es so eine Waffe verhält und das Schießen tatsächlich nicht so einfach ist, wie im Film, Fernsehen oder Spiel, dann ist entsprechendes Schnupperschießen bei uns bei der Schießschule Becker sicherlich genau das Richtige für euch. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020